Nachdenkseiten Die kritische Website Kanzler Scholz braucht noch einen Wahrheitsminister. Von Friedhelm Klingkammer und Volker Beutigam. Unser Leben in einer Gesellschaft mit staatlich geschütztem Meinungsmonopol und Zensur zerstört die Rechtsstaatlichkeit. Wozu selbst eine Annäherung ans Thema schreiben, wenn man einen schönen Tucholsky zitieren kann? Der Mensch ist ein politisches Geschöpf, das am liebsten zu Klumpen geballt sein Leben verbringt. Jeder Klumpen hasst die anderen Klumpen, weil sie die anderen sind und die eigenen Klumpen, weil sie die eigenen sind. Menschen miteinander gibt es nicht, es gibt nur Menschen, die herrschen und solche, die beherrscht werden. Zitat Ende Wir müssen uns bedauerlicherweise mehrheitlich zur zweiten Sorte Mensch rechnen. So arg von der ersten beherrscht, dass wir uns von ihr sogar die Meinung verbiegen bzw. verbieten lassen. Der deutsche Michel ergibt sich der Zensur meist widerstandslos, wie eh und je. Ein führender Grünen-Politiker erklärte jüngst, gerade in diesen Zeiten ist das Grundgesetz unser Kompass. Das hat weniger Nutzwert als ein Stapel gebrauchter Abfalltüten. Es sind schließlich hierzulande wie überall im Wertewesten die demokratischen Politeliten, die sich nicht die Bohne um die Grundrechte scheren. Die Grundrechte sind in erster Linie Abwehrrechte des Bürgers gegen den Staat. Urteilte das Bundesverfassungsgericht anno 1958 bezüglich der Meinungsfreiheit. Das ist lange her. Die meisten unserer politischen Auftragnehmer lassen sich, soweit sie das Urteil überhaupt kennen, davon garantiert nicht beirren. Ihre fortwährenden propagandistischen Bekenntnisse zu den Menschenrechten übertünchen nur die dem Wahlvolk entgegengebrachte Herablassung. Im Übrigen dienen sie dazu, sich anderen Ländern gegenüber zu erhöhen. Entsprechend aufgeblasen heißt es auf den Webseiten des Baerbock-Ministeriums, das Grundgesetz garantiert nicht nur die Menschenrechte in Deutschland, sondern verpflichtet uns, uns auf der ganzen Welt für den Schutz der Würde und der Grundfreiheiten der Menschen einzusetzen. Ein Heißluftballon, aufgeheizt mit Anmaßung und missionarischem Eifer. Angesichts der zahllosen erpresserischen Aktivitäten der deutschen Außenpolitik eine absurde Heuchelei. Deutsche Regierungen haben, wie die meisten westlichen Länder, allen voran die USA, unzählige Konflikte provoziert. Farbrevolutionen unterstützt, Kriege herbeigeführt und mit wirtschaftlichen und anderen Repressionen dazu beigetragen, dass Millionen Menschen getötet, verstümmelt, zur Flucht getrieben und rund um ihrer Menschenwürde beraubt wurden. Passend dazu ein Statement des Friedensnobelpreisträgers Nelson Mandela. Wenn zwei Nachbarländer gegeneinander kämpfen, dann weißt du, dass die USA eines davon besucht hatten. Wo bleiben die Menschenrechte im transatlantischen Herrschaftsbereich? Egon Bahr, 1922 bis 2015 hoch respektierter SPD-Politiker, hatte den aktuell wieder von den Grünen aufgetischten, anscheinend unausrottbaren Stuss Menschenrechte geleitete Politik schon vor Jahren im Kreis von Schülern entlarvt. In der internationalen Politik geht es nie um Demokratie oder Menschenrechte. Es geht um die Interessen von Staaten. Merken Sie sich das, egal was man Ihnen im Geschichtsunterricht erzählt. Die Wahrung der Menschenrechte ist eine Obliegenheit der Vereinten Nationen. Die deutsche Regierung hat diesbezüglich gegenüber anderen Staaten keine Eingriffsrechte. Ihre Einmischung in die vorgeblich menschenrechtswidrige Politik missliebiger Staaten, häufig mit Wirtschafts- und anderen Sanktionen verbunden, ist schierer Völkerrechtsbruch. Das begleitende Aufhetzen von Bevölkerungsgruppen gegeneinander dient lediglich der Destabilisierung und einem angestrebten Umsturz. In Syrien, Venezuela, Hongkong und Weißrussland gelang das nicht. In der Ukraine und in Libyen schon. Demokratie und Menschenrechte kamen dabei bekanntlich nicht zum Zuge. Die heimgesuchten Völker wurden in Chaos und Elend gestürzt. Typisch deutsche Doppelmoral und damit Unmoral. Anpassungsdruck wird nur auf unliebsame Staaten ausgeübt. Auf Russland zum Beispiel. Die Trampoline im Berliner Außenamt will unseren europäischen Nachbarn bekanntlich ruinieren. Ihr gehässiger, dummdreister Spruch blieb als eine der übelsten Fehlleistungen der deutschen Außenpolitik im kollektiven Gedächtnis haften. Nach der letzten Präsidentenwahl in Russland zeterte Baerbock, wie üblich so schlecht informiert wie Vorlaut. Der Wahlvorgang zeigt nicht nur das ruchlose Vorgehen Putins gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Eine intellektuell wenigstens halbwegs anspruchsvolle Begründung oder gar Belege für den Schmäh hatte die unreif wirkende Quasselstrippe nicht zu bieten. Die Tagesschau verbreitete ihr Geschwafel trotzdem. Wolf Schneiders journalistische Mahnung, typische Lügen der Politiker nicht in den Stand der Wahrheit zu erheben, ignoriert die grünversiffte Redaktion der Sendung ARD aktuell gewohnheitsmäßig. Die journalistischen Berufskrankheiten, Rückgratverkrümmung und Schleimbeutelentzündung therapiert man bei ARD aktuell mit regierungsfrummer Gefolgschaftstreue. Beleg für Prinzipien und Charakterlosigkeit? Über Saudi-Arabien äußern sich unsere Berliner Regierenden und ihre journalistischen Wasserträger nur pastoral säuselnd. Baerbock in ihrem verkorksten Deutsch, es ist kein Geheimnis, dass uns im Bereich der Menschenrechte immer noch vieles teilt. Dass sie einer islamistischen Kopfabdiktatur die Auffahrtung macht, wird den Zuschauern nicht vermittelt. Blutige Imperien Der Staatsterrorismus Israels ist natürlich vollends tabu. Weder unsere Regierung noch die Leit- und Konzernmedien gebrauchen je diese angemessene Qualifizierung. Nicht einmal, als das israelische Militär die extralegale Hinrichtung des Libanesen Nasrallah mittels einer 900-Kilo-Bombe besorgte, zugleich mehrere Hochhäuser in Beirut zerstörte und deren mindestens 600 Bewohner ermordete. Deutschland liefert trotz des israelischen Völkermords in Gaza weiterhin Großwaffen an Israel. Menschenrechte? Im Irak verbleibt eine räuberische Besatzungstruppe der USA, obwohl das Parlament und die Regierung in Bagdad die Armees wiederholt zum Verschwinden aufgefordert haben. In den USA, dem Land der freien Heimat der Tapferin, gilt bis heute ein verrottetes Wahlsystem, das demokratischen Maßstäben hohen spricht. Der Titel Verrot des Staaten von Amerika, bezogen auf die von der UNO geächtete Todesstrafe und deren grausame Praxis, trifft auf den Punkt. Haben wir jemals von Vorstößen Baerbocks oder gar ihres Ich-kann-mich-nicht-erinnern-Gummibärchen-Kanzlers gehört? Die USA sollten gefälligst damit aufhören und zuallererst einmal ihr Folterlager in Guantanamo schließen? Menschenrechte? Was menschenrechtsfeindlich ist und was nicht, bestimmen die Eliten des Wertewestens nach Bedarfslage. Die zynische Gesinnungslumperei der Bundesregierung, Russland einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine vorzuwerfen und zugleich mit Geld und Waffen alles dafür zu tun, dass er nicht endet, ist nicht mehr steigerungsfähig. An die eigene Nase gefasst Wie steht es, menschenrechtlich betrachtet, bei uns hierzulande? Zum Beispiel mit dem grundgesetzlich garantierten Recht auf Informationsfreiheit. Dazu gehen wir jetzt erst einmal andachtsvoll in die Knie, legen die Hände zusammen und lauschen unseren europäischen und deutschen Gesetzgebern. Zitat Ampelregierung, Justizbehörden, Mainstream-Medien und Verfassungsschutz blasen den Weihrauch gleich wieder fort. Der Pferdefuß des Heerengesetzes? Die Ausübung dieser Freiheiten kann Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die notwendig sind für die nationale Sicherheit oder zur Aufrechterhaltung der Ordnung. Das ist so schön schwammig, dass sich damit die Hüpfburgen sämtlicher Berliner Kindertagesstätten auskleiden ließen. Im Alltag des erwachsenen Bürgers wirkt die gesetzliche Begrenzung der Informationsfreiheit faktisch wie deren Abschaffung. Staatliche Bevormundung und Meinungsdirigismus führen eben zum betreuten Denken, vorzugsweise bei der Journalie. Zitat Zitat Ende Eine von den USA und ihren Vasallen initiierte und durchgesetzte Medienlüge. Als dieser Krieg im Februar 2022 ins Zentrum der Geopolitik rückte, sperrte die EU-Politelite im Blitzverfahren und ohne jegliche parlamentarische Beteiligung die weit verbreiteten russischen Medien aus. Sie beherzigte einen Leersatz Montistieus. Unbedingter Gehorsam setzt Unwissenheit bei den Gehorchenden voraus. Razia Svotna ist die wichtigste russische öffentlich-rechtliche Rundfunkgruppe. Sie betreibt sechs Fernsehkanäle, RT-Gruppe, Nachrichtenagenturen, Sputnik, Ria Novosti und Webseiten Voice of Europe. Ihre Angebote sind jetzt im transatlantischen Westeuropa komplett verboten. Besonders Russia Today, derzeit noch erreichbar per derrt.online, in Deutschland nach wie vor beliebt, bei YouTube zum Beispiel vor dem Verbot 600.000 Abonnenten, ist die Herrschenden seit eh und je ein Dorn im Auge. Es berichtet eben auch über Ereignisse und Standpunkte, die von den regierungshörig gleichgeschalteten Mainstream-Medien verschwiegen wurden. Der Europäische Gerichtshof entschied, dass das vom Rat der Europäischen Union verfügte Verbot berechtigt sei, da eine ernste Bedrohung des Friedens an den Grenzen der Europäischen Union bestanden habe. Die russische Föderation habe Fakten manipuliert und eine Propagandakampagne gestartet, die den Angriff auf die Ukraine legitimieren sollte. Ein hanebüchenkonformistisches Urteil erwirkt für den EU-Rat einen jeglicher parlamentarischer Kontrolle entzogenen Kungel-Club der EU-Regierungschefs. Es macht deutlich, dass im Zweifel, wie zu Obrigkeitsstaatlichen und faschistischen Zeiten die Pressefreiheit nur von Herrschaftsgnaden abhängt und dass EU-Richter nur wird, wer ins politische System passt. Der Negativbeweis, dass die deutsche Regierung eine Führungsrolle beim völkerrechtswidrigen und mörderischen Angriffskrieg gegen Jugoslawien hatte, kam nie vor Gericht und wurde auch nie in der Tagesschau angesprochen. Immer die gleiche Leier Hier noch eine kleine Portion Realsatire. Tagesschau und Co. müssen laut Gesetz zwar die Grundsätze der Objektivität und der Unparteilichkeit achten, dürfen und können aber ihre Informationen nur aus westlichen Quellen zapfen, weil die russischen eben verboten sind. Wie das zusammengehen soll, wissen die Götter. Der Schöpfer des Hohelids auf das deutsche Deppentum, ein Loch ist im Eimer, Karl Otto, hat sich vermutlich vom Dauerlauf gegen die Gummiwand unseres staatlichen Meinungsmonopols inspirieren lassen. Den Bürgern wird mittels Zensur das Recht genommen, sich aus allen allgemein zugänglichen Quellen zu unterrichten. Sie haben den Stereotypen transatlantischen Propagandadreck zu fressen und basta. Der Wille, abweichende Meinungen und Betrachtungsweisen zu unterdrücken oder sie verächtlich zu machen, prägt längst nicht mehr nur die Nachrichten über Russland und China. Er ist auch im innenpolitischen Diskurs überdeutlich spürbar. Er richtet sich gegen die bewussten kritischen Medien und gleichermaßen gegen oppositionell eingestellte Mitbürger. Die Auseinandersetzung beispielsweise mit der AfD zeigt bereits Ansätze von Hysterie. Sie bewirkt eine kaum noch überbrückbare Spaltung unserer Gesellschaft. Der Inlandsgeheimdienst, fälschlich Verfassungsschutz genannt, versucht außerhalb jeder Rechtsgrundlage seit geraumer Zeit den Meinungsstreit mittels Verleumdung und Denunziation zu lenken. So veröffentlichte das Bayerische Landesamt kürzlich einen Bericht, in dem behauptet wurde, bewusste Medien wie Nachdenkseiten, Berliner Zeitung und Freitag publizieren Inhalte, die anscheinend grundsätzlich ins russische Narrativ passen. Nach massiver Kritik erklärten sich die perfiden Dunkelmänner für missverstanden. Ihr Bericht wurde korrigiert. Der Vorwurf, die Nachdenkseiten verbreiteten russische Narrative, bleibt aber aufrechterhalten. Kritik an mangelnder Rechtsstaatlichkeit der Ukraine ist in den Augen deutscher Geheimdienste also ein russisches Narrativ. Schamloser und hirnrissiger geht nicht. Der Vizepräsident des Bundestages und FDP-Politiker Wolfgang Kubicki erklärte kürzlich zwar, es sei nicht hinnehmbar, dass sich die Bundesregierung und nachgeordnete Behörden am Ende dazu aufschwingen, für die Menschen im Land richtig und falsch zu definieren. Aber dem Meinungsdirigismus der Ampelregierung, grüne Zensur, gelbe Heuchelei, tut das keinen Abbruch. Kritik wird angeprangert. Gegen kritisch bewusste Medien ziehen mittlerweile auch die staatsnah organisierten Landesmedienanstalten, überwiegend finanziert aus den Rundfunkbeiträgen, zu Felde, mit Bearbeitungsgebühren bis 800 Euro pro Fall. Seit der letzten Änderung des Medienstaatsvertrages sind diese Aufseher der Landesregierungen dazu übergegangen, unliebsame Internetbeiträge auf Beachtung der journalistischen Sorgfaltspflicht zu prüfen, offensichtlich, um kritische Internetpublizisten einzuschüchtern, in finanzielle Schwierigkeiten zu bringen und mundtot zu machen. Fachlich inkompetent, jedoch auf Basis eines Zensurgesetzes, das nur für Internetmedien gilt, nicht für alle anderen. Demnach handelt es sich um ein hochproblematisches Sondergesetz, der Konstruktion nach aus finsteren Zeiten bekannt. Eine weitere recht ekelhafte Variante der staatlichen Einflussnahme auf den Meinungsdiskurs ist die massive finanzielle Unterstützung privater Organisationen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, unerwünschte Meinungen zu diskreditieren und zu kontern. Das Schmiergeld für die medialen Blockwarte, beispielsweise des Unternehmens Korrektiv, betrug 2023 mehr als 430.000 Euro. Das Zentrum Liberale Moderne, als GmbH vom grünen russophoben Ehepaar Marie-Louise Beck und Ralf Fuchs gegründet, griff besonders erfolgreich Staatsknete ab. Laut Antwort der Bundesregierung auf Anfrage der Linken wurde es seit 2018 mit mehr als 4,4 Millionen Euro gefördert. Eines der wichtigsten Projekte namens Gegneranalyse hat sich der aggressiven Kritik oppositioneller kritischer Medien verschrieben, Befund, denunziatorische Drecksarbeit von der Bundesregierung finanziert. Mehrheit bezweifelt Meinungsfreiheit Der allgegenwärtige Meinungsdruck hat inzwischen dazu geführt, dass nur noch 40 Prozent der Deutschen glauben, ihre Meinung frei äußern zu können. So groß war die Sorge in der Bundesrepublik noch nie, für frei herausgeäußerte Gedanken abgestraft zu werden. Nur Anhänger der Grünen geben sich nach wie vor von der Meinungsfreiheit überzeugt. Wen wundert's? Keine Geschichte ohne besondere Duftnote Die Bertelsmann Stiftung, bekannt für ihre verheerende Abfüllung regierender Flaschen, unter anderem das Konzept zur Halbierung der Krankenhausbetten vor fünf Jahren, bewaffnete kürzlich zusammen mit dem obskuren Bürgerrat, vorwiegend Lobbyisten, unsere Innenministerin Nancy Faeser, für deren Kampf gegen die Meinungsfreiheit. Zitat Vor dem Posten, Text im Internet veröffentlichen, die Verfasser, soll es eine angemessene Bedenkzeit, zwei bis fünf Minuten geben. Innerhalb dieser Bedenkzeit überprüft eine KI, künstliche Intelligenz, den Inhalt auf mögliche Desinformation. Besteht ein Verdacht auf Desinformation, soll ein Warnhinweis erscheinen. Entscheidet sich die Verfasserin, der Verfasser trotzdem zu posten, wird der Inhalt zurückgehalten und durch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Plattform final geprüft. Bei einer Einstufung des Beitrags als Desinformation wird der Post nicht veröffentlicht. Zitat Ende Bertelsmann regt sogar an, die Verbreitung von vermeintlicher angeblicher Desinformation strafrechtlich zu ahnden. Die Herrschenden demonstrieren damit ein Demokratieverständnis gleich rechts neben dem des Hunnenkönigs Attila. Aktuell wird im Bundestag das Gesetzesprojekt Schutz der dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten vorbereitet. Es dient wesentlich dazu, unser eh schon dickfälliges politisches Funktionspersonal auch noch mit Giftstacheln gegen Kritiker auszustatten. Der Kampf gegen falsche Meinung, umgeformt in Strafverfolgung, ist voll entbrannt. Das Ableiden Richtung Faschismus lässt sich nicht mehr leugnen. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. Wir freuen uns über Ihre Aufmerksamkeit. 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 Vielen Dank.